Wie viele Zeiten, die ihr auch eingeplant habt? Ja, bitte. So, liebe Leute, das gehört zu unserer Aufgabe. Wo kann das sein? Was kann das sein? In Rom. In Rom, vielleicht. Kalt. Noch in Wies? In Paris. In München. In München, das ist schon warm. Und wann ungefähr? Im Mittelalter, das 15. Jahrhundert. Ja, prima. Wärm, warm. Ja, okay. Wärm, warm. Und was? Was kann das sein? Stahlschuss. Stahlschuss. Was kann das sein? Was? In welchem Zusammenhang können wir diese zwei Fotos? Mit dem Teufel. Mit dem Teufel. Ja. Noch eine Idee? Ein Wittelsbacher. Okay, und unsere Geschichte fängt so an. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren in München. Ungefähr im 15. Jahrhundert. Meine Liebe, es ist doch unser München. Ja. Unser schönes München. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben keine Kirsche, keine große Kirsche, nur kleine. Ich kann sie bauen, denn ich bin Architekt, ganz berühmt, meiner Meinung nach, von Hasbach. Ich kann sie bauen, aber mit welchen Mitteln? Die Tasse ist leer, ich habe kein Geld. Ich kann sie bauen, aber ich habe keine Taschen, kein Kleingeld. Ich bin da. Ihr Geld? Ja. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Teufel. Teufel. Aha. Aber, braucht eine Kirsche, nicht? Ja. Was für eine Farbe ist das? Schwarz. Schwarz. Was soll das bedeuten? Ich mag kein Licht. Ich mag die Sonne nicht. Die Kirsche muss so dunkel sein und wir dürfen keine Fenster machen. Einverstanden. Einverstanden, ja. Eine Kirsche und eine Fenster. Dann eine Kirsche. Aber wir brauchen eine Liebe. Kommt. Wir nehmen die Bedingung an. Okay. Dann? Ihr dürft die Kirsche bauen. Und? Die Zeit ist vergangen. Die Kirche ist fertig, Leute. Die Kirche ist fertig, Leute. Die Kirche ist fertig. Die Kirche ist fertig. Wo ist die Kirche? Hier ist die Kirche. Du bist zufrieden? Der Teufel ist zufrieden? Er ist sehr zufrieden. Aber bitte, kein Licht. Nein, nein. Ich überprüfe die Kirche. Aber es gibt Fenster hinter den Säulen. Er weiss es nicht. Die Kirche ist fertig gebaut. Die Kirche ist fertig gebaut. Herzlich willkommen. Die Kirche ist fertig. Nein, bitte schön. Kommt. Kommt. Willkommen. Sie brauchen eine Kirche. Kommt. Die Kirche ist fertig gebaut. Wir sollen die Menschen in die Kirche gehen. Wieso? Nein. Nein. Ihr habt ein Fenster gebaut. Nein. Verdammte Fenster. Verdammte Fenster. Gott, München und ich haben gewohnt. Die Kirche bestellt noch bis heute. Die Freude Kirche. Die Kirche bestellt noch bis heute. Die Kirche bestellt noch bis heute. Vielen Dank.